Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Firma Deichmann präsentierte man in Berlin auf einer Pressekonferenz die Schuhkreation, die sich die Jungdesigner Matt Deason und Sam Frenzel gemeinsam mit den Absolventen der Schuhfachschule haben einfallen lassen. Die Ideen für neue Schuhwerk waren mannigfaltig. Stolz präsentierten die beiden Designer ihre Schuhe. Ich fragte Matt Deason, wie es zu dem Projekt mit Deichmann gekommen ist und ob er schon Erfahrungen im handwerklichen Entwerfen von Schuhen gehabt hatte. Nach der Einladung von Deichmann bin ich nach Pirmasens gefahren für einen zweitägigen Workshop und hat damit die Schüler von der Deutschen Schuhfachschule meine Entwürfe durchgegangen. Ich hatte auch mit denen besprochen, was ist möglich, was ist nicht möglich und ich habe versucht in die Schuhe eine gewisse Hommage an Schuhmachern zu bringen durch die Materialwahl, durch die Kontraste in der Schuhe und durch die Arbeitsweise. Wenn man vorher noch keine Schuhe gedesignt hat, wie geht man dann ran? Weil die müssen ja nicht nur schön aussehen, sondern auch noch passen. Ja, also da habe ich Glück gehabt, dass die Schüler mir geholfen haben. Die haben ja Expertise und Erfahrung, was mir sehr geholfen hat und ich könnte mir dann hauptsächlich nur um die Form und die Silhouette des Schuhes konzentrieren, die Materialien. Und die Schüler haben mir dann geholfen, das in der Realität umzusetzen. Sam Frenzel war es schwer, statt Kleider nun Schuhe zu entwerfen und wie ist es zu der Zusammenarbeit mit Deichmann gekommen? Deichmann hatte mich jetzt angefragt, an diesem Schuhrategie mitzumachen, was ich eine sehr, sehr tolle Arbeit fand oder finde, weil die ist ja leider schon fast vorbei, mit der Fachhochschule. Ich habe nicht das erste Mal die Schuhe designt, weil auch während meiner Ausbildung und vor allen Dingen während meines Berufes, wir auch verantwortlich sind für die Schuhe, die ja zur Bekleidung dazu passen müssen. Also neu war mir das Thema nicht und als Designer ist ja eigentlich die Aufgabe die eigentliche Aufgabe. Am Ende ist es egal, ob es eine Hundehütte ist oder ein Vorhang. Es gibt eine Funktion und es gibt ein Bedürfnis und ein ästhetisches Bedürfnis und die Lösung muss man dann dafür finden. Meine Schuhe sind im Grunde genommen normale Schuhe. Die Konstruktion des Schuhs ist ein Schuh. Auch wenn man auf den ersten Blick erstmal denkt, oh, sieht nicht aus wie das, was wir gewohnt sind. Sondern ja als künstlose Objekte oder Kunstobjekt. Das sehen Sie, weil die Frauen, die bis jetzt alle heute hierher gekommen sind, während der Präsentation, finden alle diese Schuhe gut und wollen sie sofort anziehen. Also, was Männer sehen und Frauen sehen, sind immer zwei unterschiedliche Schuhe. Das mag sein, aber die einen hohen Stiefel, da denke ich mir, da kommt man fast überhaupt nicht rein. Das ist sicher sehr schwierig drin zu laufen. Es ist eigentlich das komplette Gegenteil. Gerade weil der Schaft so weit ist, kommt man viel leichter rein als normale Stiefel. Und das Laufen ist ganz normal, weil die eigentliche Konstruktion des Schuhs ist ein Pömp. Das bedeutet, es ist ein Schuh im Schuh. Am Ende haben Sie einen ganz normalen Schuh.